Echt jetzt, ich hoffe echt, ich schlag mich besser. Mann, 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 Mann. Also diesmal sind wir wieder im Waisenhaus. Die Mission heißt Waisen aufziehen. Rettet die Kinder vom Muttergans und führe sie zu ihrer neuen Pflegestelle. Soll ich starten? Nee, ich muss nochmal vorher auf die Toilette. So, los geht's mit der Mission. Wollt man das denn? Nein. Ich hoffe, dass ich diesmal wieder ein bisschen konzentrierter bin. Ja, bis der. Ich hab mal auf jeden Fall ganz viel Konzentrationen und Zeug inzwischen. Okay. Gibt mir deine Hand. Gibt mir deine Hand. Gibt mir deine Hand. Show us how well you serve. Meine Hand ist ja leider festgestaltet. Und so würde ich mir ja deine Hand mal geben. Äh, 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 warum kann sie so richten? Ich fühl mich jetzt gerade ein bisschen angemacht von der Nonne. Und meins doch, oder? Ja, die hat mich ganz nah angeguckt und mir tief in die Augen geschaut. Guck mal aus, der Vater ist schon weg. Das hat mich irritiert. Oh, wir müssen die Waisen aufziehen. Er hat das vorgelesen. Echt? Ja, ja. Vor der Pipipause. Immer zuerst verstecken. Du musst üben. Das nervt. Vor allem nicht, ich mach mal was. Ich geh gerade aus. Hm. Direkt wieder ein Gegenmittel. Oh, da ist eine Akte. Ich hatte eben auch eine gesehen. Ich war nur gerade da verfolgt, als ich die Akte gesehen habe. Oh, äh, Prost. Oh, Prost. Oh, wie schön. Was machen die denn da? Prost. Äh, ich glaub auch. Oh, Knöpfe drücken. Oh, da fahren sie. Tschö, Kinder. Tschö. Fahrt in eine bessere Zukunft. Boings. Was gut ist, dass du die... Passe die Frequenzen an, um das Lobby-Tort zu entscheiden. Was? Was ist das Gute? Meinst du, dass es gut ist, dass du... die Spritze mitgenommen hast? Ähm, nein. Ah, da muss ich... Mach du das mal. Ja, das hab ich letztes Mal schon gemacht. Das war... Das war cool eigentlich. Wir werden beobachtet. Wir werden beobachtet. Ich hab's nicht grad. Antti? Pass nicht drauf. Naja, Antti will's nicht. Hallo. Hallo. Boah, ich hab's. Ich glaub, ich hab Angst. Ja, eins. Wir müssen noch mehr. Achso. Okay. Okay. Das heißt, jedes Kabel ist so eine Frequenz. Okay. Okay. Wir verschwinden aber die Kabel. Arschlöschig. Ah, da ist wieder einer. Okay. Okay. Okay, nur zwei ist erledigt. Das ist noch einer. Das bin ich. Bist du nicht, Ronny. Das ist wieder gegangen. Bei mir geht jetzt wieder ein Tor auf. Direkt da, wo wir reingekommen sind. Das ist so ein Gas-Typ. Ein Gas-Typ. Oh, ich hab den nächsten gefunden. Das ist gut. Ich hab mich zufallsgewollt. Bei mir sind so ein paar. Vorsicht, da kommt jetzt einer. Bei der. Lea, ich glaub, der hat einen. Kann er sein. Ich hab das Rätsel noch geschafft, bevor du mich gekriegt hast. Also, das ist für mich die Hauptsache. Ich hab das Rätsel noch geschafft. Wir haben einen Schrank. Einen gemeinsamen Schrank. Wo ist dein Schrank, Ronny? Ich find die Welt, 2,3 hier. Die playoffs, die cupen. Ich hab das Rätsel noch nicht gesehen. Ich hab ganz Glück. Die wird da nicht gesehen. Ich hab' das Rätsel noch nicht gesehen. Bist du nicht gesehen? Ja. Ja, ich weiß, aber der Ronny kommt jetzt hierherum zurück. Hoffe ich. Ich hab nicht mehr viel Leben zu wecken. Ah, die Dicke kommt! Komm! Ich bin im Schrank. Wir auch. Du bist im Gemeinsam-Schrank. So wieder. Der Ronny hat einen Schrank. Der ist weiter vorne. Wieder leiser geworden. Ich hab das... Das ist gar sonst, denke ich noch mal mit, der Ronny. Der Ronny hat einen Schrank. Der Ronny hat einen Schrank, der sich nicht überheilen kann. Naja, dafür müsste ich... ...einfach mal mit der Frau und mal wegkommen. Naja, dafür müsste ich... ...einfach mal mit der Frau und mal wegkommen. Noch nicht. Hast du dich nicht gesehen, dass ich hier reingeschrungen bin? You're so stupid! Ich höre dir alle leer. Ja, ich bin jetzt mal Papa. Frank. Ne, nicht ihm selbst. Ich warne dich. Und wenn du stirbst, ne? Dann bist du tot. Ne, ich hab eine Spritze. Ne, ich hab eine Spritze. Die steht schon wieder hier vor der Tür. Ja, sie ist auch noch unterwegs, ne? Kann ich dich nicht mal... Ach du nackt! Ich kann mich nicht riechen. Ich kann keine fliegen lassen. Aber die steht schon wieder vor meiner Tür. Ja, sie ist auch noch unterwegs, ne? Ja, sie ist auch noch unterwegs, ne? Das ist er bei mir. Das Schlimme ist, dass ich inzwischen komplett die Orientierung verloren hab. Ja, ja. Ich hab hier direkt zwei Stück. Wieso? Ja, ja. Ja. Ja, ja. Haben wir so hier. Da ist doch auch der Diker schon da. Hallo Anja. ich habe mich probiert ich war überhaupt nicht süß die verlaufenden kameramann freuen gerade ich bin eigentlich ganz am anfang wieder diese fernbedienung war über diesen weg und dann immer schnell treffen ja ja gerne es ist echt ein warmer regen wenn du das machst ja aber da kommst du nicht durch ohne lärm zu machen du kannst auf der seite überspringen ist er weg weil der ronni hat krach gemacht versteck dich ronni na kommst du nicht du arsch ich sehe den ronni dahinten das ist ja richtig schlau oder ne ich such ja komm ne das bist du ich hoffe einfach mal dass du es bist ja das bin ich Achtung da ist ne Bombe Tja hier ist nichts hier läuft irgendwo ein Fake komm wer ist grad an mir vorbei hast du Glück gehabt ich habe das Gas Ding entschärft ja hier geht es auch nicht weiter also wir sind hier falsch hier gibt es nichts mehr da ist noch eine Tür aber die ist doch verrückert ja welche meinst du denn die da kommen wieder zurück zum hauptgang da sind scherben im weg deswegen will ich hier nicht gehangen hä wollen sie wieder an der seite rüberspringen ja ist ja gut dass ich nicht der Allwissende bin weg Kiste dicker nee Kiste ich habe das Ding gefunden dann ping es mal an dann ich nicht dann merken oh nein trau dich doch einfach aus der Kiste oh ich habe alle gut man hat mich der hat mich vergab Lauf der Frau! Noch einer! Egal wo ich langlaufe! Ich hab jetzt freistet hier, aber so drauf haben, hof ist sowas. Alter, wie hast du mich gesehen? Auf, lauf, lauf, lauf! Alter, wie hast du mich gesehen? Alter, wie hast du mich gesehen? Du hast nicht neue Freunde, wie eine Wallflower, will du, Daddy? Ich hab noch was zu tun, ist jetzt bei dir in Nadea irgendwo, ne? Ist immer noch bei mir hier. Also wir müssen auf den Hof, wo das Karussell ist und dann nach links weg. Ja, ich bin auf dem Hof, normal. Pass auf, komm auf das Zoo. Hast gottse lange die andere Richtung geguckt. Kommt jetzt bei mir raus. Okay, jetzt sehe ich eine Markierung. Wen willst du ihr verarschen, Mutti? Haben sie sich gefunden? Ja. Ja. Oh Mann, ich hab mich voll erschrocken von dem Ticken-Monster! Oh Mann, ich hab ja einen dauernd einen, ey. Immerhin, es hat lange diesmal gedauert. Jetzt kommen wir einfach nicht weg gerade. Ja und ich komm hier nicht rüber. Komm einfach nicht weg! Läuft die ganze Zeit um den Kreis. Ach, das gibt's doch nicht. Doch, das hab ich auch. Kommt doch schon wieder. Ich geh gerade an der Tür vorbein, da kommt der Vergaser wieder. Ich komm nicht weg hier. Bei mir ist die Mutiger. Ja, bei mir ist der Große und der Vergaser. Verpiss dich! Ich hab meine Sanity wieder. Ja. Aaaaah The goose is on the loose. The goose is on the loose. Pulling teeth and cavities. The goose is on the loose. Let's see you bleed! Ich habe versucht! Ah, ich habe meins! Also das auf dem Hof und dann links habe ich. Das ist gut. Ich schaub hier ganz kurz den Dicken weg. Der ist im Hauptraum. So lange der Bar und mir hilft, das ist er nicht bei euch, ne? Also nicht, gerade auch bei mir. Das Problem ist, dass die wieder mal genau da wandern. Wo ich eigentlich hin müsste. Boah, schon wieder. Also ich habe gerade zwei hier. Ich habe einen da. Aber ob er mich jetzt gesehen hat, weiß ich nicht. Wir hoffen mal nicht. Aber wir sehen den Ronny. Aber im Hauptraum steht jetzt wieder einer. Ja, wenn er mal verschwinden würde. Aber er macht das einfach nicht. Ja, Lea, die muss mal geheilt werden. Ja, müsste ich. Aber ich müsste ja auch erstmal wegkommen. Ja, müsste ich. Aber ich müsste ja auch erstmal wegkommen. Ja, das ist gut los, wenn er irgendwo hingeht, wo es hell ist. Hm. Ich habe eine Falle. Da habe ich, äh, quasi. Ja, endlich. Geschafft. Bei mir steht direkt einer vor der Türe. Also wir müssen jetzt das Lobbytor selber öffnen. Super. Vorsicht, die Dicke. Vorsicht, noch ein Vieh. Wer lacht jetzt. Tittmonster. Tittmonster. Wir fahren nicht. Also im Hauptraum ist die große, äh, die Dicke da. Und das Guayvieh. Ich kann sagen, dass ich die Ecke rausgezogen habe hier. Aber wo seid ihr gerade? Wir sind an der Ausgangstür. Hier. Mit einer. Ja. Versteckt. Ich habe mich auch wieder in die Kiste gesetzt. Da kam nicht gerade der Sprayer vorbei. Spray. Man. Leider? Verpieseln? Ey. Nur noch in meinem Versteck. Hier. Was? Er kommt wieder. Dann hau drauf. Komm wieder in unseren Schrank. Aber ich... Steck ruhig, Papa, wenn du hier hinkommst. Verlasse die Prüfung ist unsere Aufgabe. Was ist unsere Prüfung? Verlasse die Prüfung? Wo müssen wir hin? Hier irgendwo. Da bin ich komplett blöd. Hier doch, oder? Ja, ja, hier. Danke, Dirk. Oh. Nein. Nein, super. Für das Tor. Ich wollte gerade sagen, es sind... zu... wenige... Gegner hier. Ich muss jetzt wieder wegwerfen. Nein. Nein. Wir müssen... Nein. Das habe ich aufgemacht. Ja, ne? Ja. Nein. 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 was wir gerade aufgemacht haben wir schon noch ein aufladegerät was einer braucht wir können das große tor ist ja auf also dann wird auch der ausgang sein ja da wird aus angezeigt jetzt sehe ich nichts mehr sie kommt sie kommt ich drücke drauf ist auf ich dachte ich habe ein c plus heute und inspirierte leisten dazu lernen verstand verloren kabel belastet ja ich weiß wer ein finger weg von drogen soll das heißen ich habe so viel schaden wir werden immer besser ich will dich nicht befriedigen also ich glaube ich mir denn jetzt für meine zwei box keine bekommen glaube erweiterte dauer gerne gerne jetzt kann ich jetzt kann ich länger beträumen ich kann nicht wieder kaufen hier ja äh ist das meins? nein das meins guten tag so ok hm lame wo ist er? äh auch lame und neuer teppich aha ich meine der sieht schon was schöner aus ne? da könnte ich auch den nehmen für die hälfte des Geldes oder? ah komm nehmen wir den neuer teppichboden gelegt du auch du auch? also eben schon ah ja den habe ich auch bekommen aber ich fand den ich fand den nicht so gut passen ich fand den passen aber zu meiner tapete ja ein bisschen bunt zwar aber ja äh ich habe übrigens äh diese wunderschöne dekoration die wollte ich dir mal zeigen ich wollte dir mal fragen was du davon hältst ob ich das dich lieber dahin legen soll was meinst du? wunderhübs ja ne? Penis oh Penis ok als ob sie das nicht aufgefallen ist nein es wird tatsächlich nicht aufgefallen sag der nur so dann lass ich es wegen dem Penis so es wird tatsächlich nicht aufgefallen so ja dann irgendwie schafft er es momentan immer in einer Folge ich danke euch fürs zusehen tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.